Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde, wir haben eine Kieferorthopädische Self-Study-Plattform gegründet, wo wir Sie auf ein sehr hohes Niveau in der Kieferorthopädie bringen werden. Wir haben insgesamt neun Module, von Modul 1 bis Modul 9, das heißt vom First Handshake mit dem Patienten über die Erstberatung über die Mechanik bis zum perfekten Finish. Weiter sehen Sie auch Zahnbewegungen, wir haben eigene Animationen über die gesamte Mechanik kreiert. Dann sehen Sie auch sehr gut dokumentierte Fälle von jeder erdenklichen Maloklusion und weiter sehen Sie Videos, wo Sie uns über die Schulter schauen können und Sie sehen, wie wir am Patienten kieferorthopädisch arbeiten. Mein Name ist Robert Scherngel, ich bin von Wien und ich habe dort eine Ordination seit 30 Jahren und ich unterrichte seit 25 Jahren Kollegen und Kolleginnen in der Kieferorthopädie und ich habe seit über 30 Jahren rein kieferorthopädisch. Ich wünsche Ihnen oder Euch viel Spaß mit dieser Plattform.